hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge animations oder mit mir nehmen gleich hier rumble time ausgelde nummer eins und es geht los also wir haben neue kämpfchen so gegen maxu in jama auch schon in der vergangenheit öfter gekämpft er war sie ist wieder nicht das sieht man bei dem hier nicht so gut so also dann gegen jose oder hose rqh warum schielte nicht so leicht wenn er gleich wieder der kann den kann aber die leute ich habe ja gefragt die leute haben sich hier für entschieden also den so schimas hat er gesetzt und bei mir sechs karte voll alle verleckt das karte so und das reicht ja das wird sich das wird eng mit der schimas ich hätte jetzt eigentlich rutscher das kleiderschrank nebendran setzen müssen was ist denn da los ich muss mal ganz kurz ist der übel ey das ist der falsche wo ist es denn das ist glaube ich der hier wollen wir uns was gucken ist da sonst noch was im hintergrund offen das ist noch offen das ist noch offen das ist noch offen ok dann machen wir jetzt das rein so und dann hoffen wir mal dass sich das ding jetzt hier gleich erholt komm schon also weil das ist ja nicht normal hier so kann ich ja nicht spielen so also jetzt baller ich gleich noch mit dem sexualkunde peter da drauf und dann sollte wieder vorne weg sein so jetzt haben wir rogers kleiderschrank noch home act teacher und hier das bürgermaskottchen ja wie viele punkte abgezogen einen 99 punkte geholt so weiter geht's dann haben wir jetzt hier nächsten kampf noch neun sind offen ja mal gegen botteur tukul von maxu botteur tukul hier ist die katz jetzt müssen wir überlegen katz ist gut der ist auch gut der ist natürlich auch gut ich mache jetzt aber erstmal erstmal spiele ich jetzt in ira klopster so ich habe einen hübschrank und jetzt lobster mhm ja auch gut oder so und dann haben wir hier war er nicht gut oder katz mhm mhm so hier haben wir jetzt ich muss jetzt den bob erstmal spielen so und jetzt wird es ein klein wenig machen wir den bandit bob jetzt muss das doch reichen um den weg zu bekommen da oben mhm ja so der ist jetzt schon mal fort hinfort hinfort von diesem ort so botte tukul 88 nur scheibenkreis ouch sind wir schon 13 punkte los so weiter geht's ja nächstes mensch noch 18 offen gegen bastow 8 8 8 und jetzt kriege ich natürlich mal wieder nur support karten juchu da kommt freude auf ah jetzt ist es auch schon vorbei mit den supports jetzt komme ich mit katz und jetzt spielen wir den new gene belcher mit dem werde ich jetzt auch gleich heilen also jetzt fange ich erstmal an mit dem diorama gene das ding sollte ja jetzt eigentlich gewonnen sein so immer noch nicht so aber jetzt und 97 punkte ja waschi dreht wieder voll ab nein cool waschi die ganze zeit nach rechts oben ja weil rechts ist ja das ding so also jetzt gucken wir mal wer gegen wen gegen wen kämpfe ich gegen wen wer 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 ist es wer und ings rules ings rules so wir haben einen peter der kommt auch mit ne der kommt aber mit der powtucket patriotel die kann ich jetzt schon gleich zerstören da brauche ich gar nichts mehr zu machen und das ist natürlich optimal jetzt sind wir schon bei 8 5 24 34 41 schaden ist gut 41 schaden auf der 1 ne quatsch 41 so 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 wir sind spät schon wieder mal um die weiter wenn man das finale ergebnis hin so ich kann mich noch an zeiten erinnern da haben wir echt mit maxu ganz schön probleme gehabt ne maxu ist ja auch eine uralte gilde so jetzt haben wir fast 40k gegen die gemacht oh dummy fight ja ich hab keinen gröntchen drauf na ist egal also fangen wir jetzt an mit dem ja das ist jetzt natürlich mega sehr ärgerlich ne ich hätte ihn jetzt direkt gehabt mit 29 ne naja ist jetzt egal na das tut natürlich umso mehr weh wenn ich jetzt sehe dass da ein Osterhasenpeter draus entstanden ist jetzt kommt die Globarella momentan eine der stärksten Kombos aktuell mit beiden BGE Effekten jetzt hab ich halt richtig reingekackt ne das war mega blöd gewesen ich bin gleich geändert ja ich bin müde Mensch diese rumbles die machen einen fertig dann zumindest als gilt leider so also dann wir haben erst Samstag kommen noch ein paar Tage Jorn Baum Bänder Bänder Disco Bänder oder Straßen Kommen wir mal an den Straßenräumer Bänder Hasenkostüm und Dat Tina mit dem Sandwich und sind eigentlich meine Haare gut gekämmt da oben sind die Haare gut gekämmt da oben sind die Haare noch dicht oder oder kommt da wird's schon Licht da oben auf dem Kopf guck mal drauf sag mir mal Bescheid so okay weiter geht's ja und bin aber als nächstes wow als nächstes haben wir Ron Pitts Ron Pitts ist ja auch glaube ich schon Ewigkeiten da bei den mit der feine in den Namen kann ich mich sogar noch irgendwie erinnern Ron Pitts so lila und damit ist Ron Pitts aber jetzt schon weg ging ich schnell ging ich schnell so wie viel haben wir noch noch drei Stück dann sind wir durch 15 Minuten die 8 Kästchen also ich kämpfe jetzt gegen 8 Kästchen 8 Box komm ne der Name klingt cool ne es ist Mist 8 Box von Maxu 8 Box von Maxu 8 Box so Christmas Punch-Out und die lila dann ist 8 Box von Maxu auch schon bezwungen 99 99 99 Punkte fliegen jetzt auf vergleichspunkte Konto so und 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 gegen gegen Mr. Hebo Mr. Hebo Mr. Hebo Mr. Hebo Mr. Hebo A Christmas Punch-Out Irak Lobster Marmalade Rogers Kleiderschrank und dann sind glatte 100 drin jawoll jawoll geil so ein match ist noch offen wer ist es wer liquid vinyl dj liquid vinyl dj ok sollte eigentlich reichen ja mit was will er denn jetzt noch kommen liquid vinyl dj und das war's auch der mit einer glatten 100 weggeballert so Maxu hat glaube ich relativ schnell aufgegeben vermute ich jetzt einfach mal bei der Punktezahl die die haben haben wir also gespatzt so jetzt gucken wir doch einfach mal darin wie sieht's denn da aus also bei denen haben gekämpft 28 wow stärkste lord rye 993 guck euch das an so bei uns haben gekämpft wow cuddly und nutty beide jeweils mit einer glatten 1000 sensationelles Ergebnis warum war das so klein dass du was sagst wahnsinn congrats leute cuddly und nutty jeweils 1000 unbelievable man unbelievable chris 992 90 99 ricky ricky spanish so mit einer neuen nachstand jay style tegles zwei jesse lass mich die doch mal vorlesen jesse was ist denn die gruppen die ganze zeit nach unten Ja, muss ich doch, weil es Teppet da ist. Ja, da muss ich da, ne? Ich kann, okay, ich gucke jetzt darüber nochmal so. Oli Z. Michael, Thomas Cookie, Dorina, Topdass, Kankus, Ulrike, Der Pate, Robert, Tularis, Bounty, Apokalyptika, The King, Henny, Gekomoria, Mimo, Gamerguy, Big Big, Tippi, Colada, Anska, Eat Fresh Food, Manuel K., Casey, Remington, Stromi, Brownie, Barney, Grummel, Kings, Jojo, Crow, 7, 4, 2, Herrgleich, da kommen noch ein paar Punkte drauf. Nein, da kommen noch ein paar Punkte drauf. Nein, da kommen noch ein paar Punkte drauf. Und Lord Lelifo. So, 43, das ist diesmal echt ein bisschen traurig. Aber gut, beim nächsten Mal wird es wieder besser werden beim nächsten Wumble. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Schreibt Hashtag Waschi in die Kommentare. Schreibt was in die Kommentare, aber nicht das. Aber nicht das. Bitte Hashtag Waschi, Leute. Alle Hashtag W-A-S-C-H-I. Waschi. Und schaltet's nächstes Mal. Ja, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben soll. Leute, die Glocke. Für den Waschberg. Und schaltet's nächstes Mal wieder. Wenn's egal, ist der Animation Throwdown. Mit mir nehmen wir gleich auch rein. macht ja und eben da hinten da der da der da die die aus im hintergrund macht es gut ist